Mein Name ist Andreas Schindlmeister, ich bin Produktmanager der Firma Eurofund Touristik GmbH aus Obertrump. Seit über 20 Jahren kümmern wir uns um ihren aktiven Urlaub. Heute möchte ich Ihnen meinen ganz persönlichen Radtourentipp im benachbarten Chiemgau vorstellen. Genießen Sie bei unserer Reise eine feine Prise im Haar und den Wind im Rücken. So leichtfüßig lässt sich die Gegend an den Ufern der Flüsse in und als sowie direkt am Chiemsee erkunden. Das Wasser ist Ihr ständiger Begleiter. Im Hintergrund aber erhebt sich das Bergpanorama und sorgt für Momente des Staunens. Vom Frühsommer bis Herbst kommt beinahe mediterrane Stimmung auf, wenn die Sonne vom Himmel blinzelt und das Eis in der Hand schmilzt. Wir haben für Sie die schönsten und besten Streckenverläufe gesucht. Meist geht es flach an den Flüssen entlang, nichtsdestotrotz muss man doch hin und wieder kleinere Steigungen überwinden. Tauchen Sie ein in das bayerische Lebensgefühl und treffen Sie auf Traditionen, welche hier noch gelebt werden. Genießen Sie sowohl die Hausmannskost als auch die Gerichte mit frisch gefangenem Fisch aus dem Chiemsee. Diese Radreise bietet Ihnen die Möglichkeit Bayern auf gemütliche Weise kennenzulernen. Freuen Sie sich auf aktive wunderbare Tage und eine erstklassig organisierte Radreise. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und vor allem auch viel Erholung.